Ein neues Video von TechnikPower. Heute zeigen wir euch, wie ihr WLAN bei eurer Explorer X-Explay aktivieren könnt. Wir haben im vorherigen Video, sind wir mit euch durchgegangen, die erste Installation bei der X-Explay, der Kindersmartwatch. Heute wollen wir WLAN aktivieren. Die Uhr besitzt ja auch WLAN. Dafür müsst ihr eigentlich nur nach rechts scrollen, noch einmal und noch einmal und hier gibt es dann dieses Zahnrad-Symbol. Da müsst ihr jetzt draufklicken und hier gibt es eben verschiedene Menüpunkte. Und was wir hier benötigen, ist eben das erste, das nennt sich Verbindungen. Und da klicken wir jetzt drauf und hier gibt es Bluetooth, WLAN oder Daten-Roaming. Wir brauchen natürlich WLAN, also klicken wir auf WLAN und jetzt wird unser Netzwerk hier gescannt. Und ich habe hier meine schon gefunden, TechnikPower und hier klicke ich drauf. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch den Netzwerkschlüssel eingeben und dann auf dieses grüne Häkchen. Habt ihr Fragen zu dieser Anleitung, dann verwendet doch die Kommentarfunktion, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. TechnikPower sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Zusehen und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020